Jetzt nehme ich an, wollen die Leute endlich Musik hören. Wir hören also Sandra. Ein Drittel Arabesk war sie früher, dann war sie 40 Wochen eins in Japan. Das muss man mal reintun, nicht. Und jetzt hat sie es alleine gepackt hier in Deutschland mit Maria Magdalena. Sandra. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020